Musik 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 Ähm, wie man das nennt? Keine Ahnung Erfolgsfilmkomponistin, Familienfreund Wie nennt man das denn? Irgendwie Politik muss im Gate schwimmen Das können wir nehmen 50.000 sind los, das krieg ich hin Lieblingsessen Äh, die mag Kindermusik, obwohl sie keine Kinder mag Aber das ist ja egal Das ist total widersprüchlich, was isse denn? Krebs Krebs isse, Krebs Hübsch Du bist, ne? Daumen hoch Du bist hübsch Machen wir ihr noch eine Mitbewohner? Ne ne? Jetzt mal Nummer 2 klarkommen Go, los gehts, los gehts Chong Familie Chong Oh Gott, die töte mich Ah So, wieso hab ich die hinziehen lassen? Hier, ne? Ne, wo ist denn jetzt die Uni hin? Wo ist die Uni? Wo ist denn die Uni hin? Und dieses Spielding gedreht hier? Doch, hier ist die Uni Dann wohnen die da Gut Chong Siehste, da ist ja gar noch Platz Ist da überhaupt einer da drin? Wiss ich nicht Ich seh das gar nicht Ne, wir haben sie ja da einzeln Ja, das ist gut Chong Mann, da ist ja gar kein Platz mehr drin Scheiße Muss man noch jemanden umbringen? Wie machen wir das jetzt? Dann lassen wir Chong Chong Lassen wir mal hier einziehen Und dann lernen sie sich kennen Und dann fragt sie, ob sie einziehen So machen wir das Ach, hübsch Bisschen schneller arbeiten, jo Ich habe auch die Hoffnung Ich habe auch die Hoffnung Dass das Spiel einfach abstürzt Um die Havwanski wieder zu kriegen Ich habe sogar schon ihren Namen vergessen Wie traurig ist das jetzt hin So, zurück zum Spiel Fortwand Der erste Tod in der Uni Oh, der püsst sich gleich ein Na gut Was sollen wir jetzt machen? Stattet dann auch Kann ich wieder nach Hause gehen oder was? Also ganz umsonst hier Oh, das ist scheiße Wo ist denn das Haus? Ich kann einfach hier klicken Auf nach Hause So, und da kann sie dann mal Den Grabstein platzieren Havwanski mit Ich ziehe hier in der Ecke So einen kleinen Platz Das ist so die... Hier sind schon Leute gestorben, Ecke Ja, ich habe heute mal gesagt True this murder Das gehört ja keiner zu So, jetzt gucken wir mal Wie wir das schön gestalten können Bei den 89 Simoles Oah Dann werden wir wohl ein bisschen arbeiten gehen müssen Für unsere geliebte Havwanski Ja doch nicht Das reicht Wer braucht die nicht? Wir können auch schön die Katzen ranpissen Oh Gott Das ist gut Das ist sehr gut sogar Ich mach mal zu Ich mach mal zu Wie viel kostet denn so ein Busch? 45 Dann können wir uns nur einen leisten Egal Für den anderen gehen wir halt arbeiten Soll ja auch schön aussehen So Havwanski Hier ist so ein bestimmtes Brett, ne? Äh Pflicht Tages-Stops Bei den Sportlern? Bist du bescheuert? Niemals Halt die auch die Musik? Ah ja such mal Ist ja genug dran Organspende Ja klar Machen wir Wenn es dafür Geld gibt Das ist kaum Aktive gesagt Die müssen jetzt eigentlich Da noch stehen Müssten die da stehen? Weiß ich nicht Haus Henry Wo ist ein Xing-Shang? Oh da ist Xing-Shang 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 Nenna Na na, wenn du fertig bist Kennen sie nicht, oder was? Wenn studierten die eigentlich? Auch keine Ahnung Werden wir ja sehen Jetzt haben wir schonmal eine nette In der Nachbarschaft Hm Ach schau, die Universität Man kann nicht das Anwesen hier wechseln Schade eigentlich Wo ist denn jetzt unser Macker hier eigentlich? Ah, der hat ein bisschen Hunger. Nö. Oh, der ist... Was ist denn der? Sportler? Ne, kurz vergessen. Wir haben halt Sportler. Okay. Die macht... Die liest und die macht vorher Sport. Das ist ja wie Striptease hier. Sollen wir was essen? Wollen wir die ganze Küche abfackeln? Äh, Abendessen serviert. Äh, Abendessen serviert. Jetzt haben wir nur Horwanski. Ach Gott, das wird was. So gehen Familien auseinander. So. Dann sorgen wir mal wieder zurück. Äh, wohin schicken wir die denn? Wo ist denn ihr Bad? Da. Was ist meine Badezimmer? Ich glaube schon, oder? Ja, das ist meine Badezimmer. Ups. Kann man so trotzdem reinschicken. Kannst du das benutzen? Nee, gleich machen wir dazu, denn das ist der nächste Effekt, den wir hier spielen. Ah, das ist gemein. Ach, Horwanski. Jetzt haben wir ein zweier Zimmer. Ist das... Ne, das ist mein... Das ist ihr Bett, oder? Oh, 3500. Boah, geil. Wir werden hier reich. Wir spenden einfach jeden Tag ein Organ. Herzlich die Sache. So, jetzt machen wir das noch schön hier. Dass auch abends hier richtig schön rumschleicht. Oder Horwanski. Ich habe damit natürlich nichts zu tun. Ich habe sie nicht dazu angestiftet, das Ding zu rütteln. So, jetzt geh nach Hause. Bisschen schneller hier, wenn du auf. Was kann sie machen, um sich zu verbessern? Dann lernen wir. Gut, bevor sie schlafen geht. Lern sie ein bisschen. So, da trinken. Also nicht so, da hat sie trotzdem. Äh, Grundzüge der Ausgabenvermeidung. Das ist nicht von mir. Gar für die. Äh, ne. Kann so nicht spüren. Zeichnen irgendwie machen wir denn. So. Los. Anette. Scha... Dich. PUSCH. Wenn sie's nur... Wenn sie's nur rührt. Schafft sie. Jetzt geht's vor. Wir hatten da Würste hingestellt. Äh, ich frag mich nicht. Ist das hier ne Waschmaschine? Muss ja, ne. Ja, dann halt nicht. Ja, gut. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nicht sein. Für den heutigen Tag. Liste ich nämlich gleich ein. Fit. Schlaferigkeit. Belegen Sitz. Belegen Sitz. Belegen Sitz hier, was? Ne. Warum hat... Wollen wir was für? Ich frag mich nicht. Schöner Dreck hier. So wertvoll, wenn das sonst noch will. Wenn sie knicken. Ach, ich... Ja, gut. Äh... Der schläft hier. Ist das... Ja, das ist ne Etage über uns. In nem Einzelzimmer. Vorsch Deck. Hm? Ne ne... Stehm... Was ist denn mit dem hier? Ist... ganz okay. Dann... Stellen wir... über Nacht? Gibt's hier etwas Neues? Ähm... Hm... Da... Haltung... Fähigkeiten... Eichentisch? Könnten wir eigentlich kaufen, machen wir aber nicht. Höööö... Schüss Savanski! Braucht keiner mehr. Hier, das kann man da lassen. So. Was ist denn das? So ein Redending, ne? hier und damit können sie sich verbessern das ist gut zu machen wartet brauchst du dafür einen stuhl ich hoffe nicht brauchst du dafür so ein paar rocke ich hoffe nicht doch mensch 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 ich wusste das schwert eigentlich schon längst dann liegt mal wo es ne was hat denn jetzt hier nein ich will keine dick warten krass ja auch ein cooles bett ist auch so ein cooles bett was kaufen wir hier wenn sie irgendwann mal aufgestanden ist krass meister scheiß so hat sie im bett das spart platz muss ich sagen wird schließen so jetzt warten wir hat da jemand hunger in der küche steht noch was so was schlecht ist bestimmt schon so ist schon Tag Ach, hier passiert so viel. Dann geh mal. Hopp, hopp. Hüpft die ganze Nacht Musik, oder? Okay, warte, dann können wir das mal schnell verkaufen. Schnell, hat mir gefallen. So, hübsch. Scheiße, Musik zu Ende. Um zwölf muss er los. Musst du mal den Goldfisch hier füttern. Hör mal, Goldfisch. So, wie geht's? Wie steht's? Bisschen Hunger hat sie. Kannst du düster essen? So. Wo ist der Macker? Der rennt schon los. Schön. Fallende Murphy-Betten, was? Was? Murphy-Bett-Klinophobie. Fallende Murphy-Betten hinterlassen bei nichts an den Sims einen entstehenden Eindruck. Ernette ist in der Gegenwart, ist in der Gegenwart gefährlicher Murphy-Betten besonders vorsichtig. Wegen Murphy-Bett. Ups. Dieses Bett ist zu gefährlich und kann nicht benutzt werden. Ernsthaft. Oh Mann. Das ist hier ein Murphy-Bett, oder? Wo war denn das? Keine Ahnung. Wo ist jetzt das Murphy-Bett hier? Da, wa? Ich will wait, wenn der schlacht und das glaub ich dir. Gibt's hier noch so ein anderes... ...Art... ...Von Bett? Ein anderes Art von Bett? Ich find das cool, ich würde es haben. Schließ das Bett. Ich warte einfach mal, bis die sechs Stunden da vorbei sind. Hat die den Fisch jetzt eigentlich gefüttert? So. Okay. Scheint, als wäre das Essen jetzt schlecht. Oh, der geht's echt scheiße, wa? So. Laune, zu schlecht. Schön. Einschalten. Ja, gut. Ich doch das... Fernsehen. Ist das ein Trick? Kann sie jetzt ein bisschen was lernen? Wie lernt die denn eigentlich? Äh... Zeichnen nirgends. Nein. Ausreiten? Du hast gar kein Pferd. Weg. Kann sie Soda trinken. Brechen. So, Anette, los geht's. Flitze. Wie ein... Irgendwas, was flitzt. Was macht denn Anette da? Kirinda. Die sehen ja alle so scheiß aus. Na, das Anette bin jetzt nicht die Einzige, die so scheiß aussieht. Bis wann? Bis irgendwann. Das ist gut. Heute ist... Montag. Montag ist in Not von 12 bis 14 Uhr. Bis so. In your home, in your home, oh. On the phone, on the phone. All alone, all alone, oh. I'll give it to you, no interruption. In your house, in your house, oh. On the couch, on the couch. Name the time and the place and the function. And I'll give it to you, no interruption. Name the time and the place and the function.